ach natürlich okay gehen wir hier wieder auf rot machen dich hier wieder aus geht's hier wieder hoch sagen wir hier wieder auf türkis dazu blau was auch immer so wir schieben dich wieder hier hoch so das ganze machen wir dann halt mit gelb dann gehen wir ja noch auf türkis das ist ja in ordnung dann wird es schon an so genau dann können wir nämlich nachher und wenn wir durchs tor wollen gelb anmachen also warte mal wir können hier einmal rot anmachen tschüss machen wir den wieder an dann machen wir hier türkis gehen wir hier runter und dann machen wir jetzt gelb ok das sieht nicht so einladen aus ok da machen wir hier mal ein lila so wir müssen langsamer sein als dieser bescheuerte lifter ok das war lila nicht in panik verfallen lila nicht in panik verfallen lila das andere ist gelb ne gelb habe ich gesagt aua ok noch einmal lila gelb aua so dann bleiben wir erstmal hier sagen wir hier gelb gelb ist es nicht es ist orange und dann machen wir hier mal blau und dann schalten wir den ganzen spaß ab das braucht eh keine sauerung so und dann machen wir hier mal blau und dann schalten wir den ganzen spaß ab das braucht eh keine sauerung können wir dich hier rüberschieben das war eine blöde idee nein war es nicht das war fast eine blöde idee aber wir haben ja eine möglichkeit wie wir das trotzdem richtig hinbekommen so hier rüber da rüber wir machen es wieder an und wir fahren dann dahin und wenn ich dann dort bin dann würde ich sagen cheerio dankeschön na komm schon kiste komm mit und pickel die folgte frederick so hier rüber hier rüber hier rüber da hoch da hoch und da durch haben wir einen schlüssel das ganze wieder runter können wir den spaß wieder zurückschieben so oft wie der typ aber gestorben ist muss ich sagen fluff fluff haben wir dich haben wir dich sagen wir hier fluff hier hoch da hoch und da durch brrrrrr ok wir würden mal rot ausschalten können wir nämlich hier hoch so gibt's da irgendwo Ah da ist ein Druckpanel wo ist die kiste da ist die kiste So, äh, ne, rot wollte ich Gehen wir da nämlich mal durch, dann machen wir den da Dann schieben wir dich dann mal da durch Dann würde ich gerne wieder auf rot gehen Dann würde ich gerne wieder auf türkis gehen Dann würde ich dich gerne hier mitnehmen Dann würde ich gerne wieder auf rot gehen An- und ausschalten will ich dich aber eigentlich nicht, ne? Ne, das will ich eigentlich nicht Das müsste auch ohne gehen So Also einmal rot Genau Rüberhüpfen Einmal türkis Weiterschieben Okay Und dann einmal auf Gelb Dann würde ich einmal Wieder auf rot gehen So, dann gehen wir hier wieder hoch Kann man da hingehen Kann man hier sagen Lila Also Blau, ihr wisst was ich meine Farben Farbnamen sind für Frauen So, ähm Scheiße, exist du? Nö, ich drücke hier eigentlich bloß meine persönliche Unfähigkeit aus So, und dann würde ich sagen So, und dann würde ich sagen gehen wir hier auf gelb Kann man dich nämlich darüber schieben dann Dann gehen wir hier wieder auf rot Jetzt können wir hier durch Kann man hier wieder auf zirkis Haben wir einen Schlüssel Können hier wieder auf rot Ach, muss ich die Kiste jetzt auch noch mitnehmen So, dann würde ich mal gucken was passiert wenn ich jetzt auf gelb gehe Okay Okay, wir gehen auf Türkis Gehen wieder auf rot Wir machen den ganzen Spaß nochmal So, hier ist Blau Da ist rot Da ist Blau Da ist schon wieder Gelb Den Dinger brauche ich ja jetzt nicht mehr So, dann würde ich da mal auf rot gehen Kann ich da rüber Äh, fast Kann ich da rüber hüpfen Kann man auf türkis gehen Kann ich dich rüber ziehen Kann ich hier auf Gelb gehen Kann ich hier wieder auf türkis gehen Kann ich dich hier runter schieben Kann ich da runter hüpfen Kann ich hier rinnen Und bin durch Ich hatte irgendwie gedacht Ich muss noch Ah Wir haben es geschafft So, und da geht es zum Leuchtturm zurück Bevor wir jetzt allerdings zum Leuchtturm gehen Leuchtturm Hm Die größte ich erlebte Die größte ich erlebte Die größte ich erlebte wie wenig ich erlebte Ich erlebte Verzüge Verzüge den Welt in wahrer war nicht wahr at all Die Schleifte wurden nur ein bisschen weiter nach einem infinite playing Diese Farben, sie sind ein Paradigmen, aus dem, was ich noch einmal vorstellen kann. Und noch, wie viel mehr gibt es? Ist da immer so eine Sache wie eine wahrheitliche Realität hier? Ist die Wahrheit in unseren Gedanken, wie die Farbe? Vielleicht werde ich nächste Mal auf einen 3. Dimension. Kannst du dir vorstellen? Ich wollte sagen, Leuchtturm klingt einfach so nach Ende. Ich will aber eigentlich noch gar nicht Ende, weil ich will noch diese Fläschchen einsammeln. Aber wahrscheinlich gibt es einfach ein Aftergame, in dem man das dann eben machen kann. Okay. Grün. Dann gehen wir doch mal nach draußen. So, jetzt wollen wir aber doch nochmal ein bisschen schauen. Ah, da sind die Boote. Okay. Hey you, it was you. Tolles Wortspiel. You turned the power back on. Du hast die Energie wieder angemacht. Well, I'll be. Thank you. Nun. Das war's. Danke. The fishermen are back now. Jetzt sind die Fischerleute wieder zurück. Sie waren ziemlich verloren, glaube ich. So, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich will erst noch in den Häusern alles das finden, was es eben so gibt. Da gab es ja noch so ein paar Teile. Oh, hallo nochmal Hugh. Ja, ja. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, ja. Die Höhlen, die waren ganz schön fürchterlich. Also. Ähm. Gruselig. Gruselig. So. Da. Da ist sonst nichts. Nichts, was ich sehen würde, zumindest. Da geht es auf jeden Fall auch noch runter. Oder? Da gab es ja rosa. Dieser Zoom ist ein bisschen... Ein bisschen übertrieben. Da sieht man dann seinen Ring nicht mehr so toll. Okay. In der Theorie können wir jetzt natürlich in der Höhle noch alles Mögliche erkunden. Und vor allem einige... Also einige der Hindernisse bei Seite räumen. Also da gab es ja einige Fläschchen. Also im Prinzip muss man das ganze Spiel jetzt nochmal spielen. Das will ich jetzt eigentlich in dem Vorspiel gerade nicht machen. Ähm. Wir gehen in das Fischerboot. Und vielleicht spiele ich ja für mich selber das nochmal alles durch und alle Flaschen zu sammeln. Wie gesagt, Errungenschaften und sowas. Allzu übliche. Ähm. Ich denke hier in der Stadt, da haben wir jetzt halt eigentlich alle, die wir so hätten sammeln können. Ja, ja. Ist gut. Okay, das ist blau. Da ist ein Fischerboot. Kann man mal mit der reden? Puh, das war eine ganz schön anstrengende Fahrt. Sieht allerdings so aus, als ob du deine Seefüße gefunden hast. Seebeine. Die University is up in the mountains. Die Universität ist da oben in den Bergen. Es sollte eine Seilbahn geben. Am Fuße der Berge. Ansonsten musst du ganz schön klettern. Okay, da können wir ins Wasser hüpfen und sterben. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir laufen hier einfach mal ein bisschen weiter. und versuchen ein bisschen zur Universität zu gelangen. Dieser Bergaufstieg, das klingt sehr nach... Farben. Hallo, kleiner Reisender. Du siehst... Moment Sekunde. Ähm. Du siehst so aus, als ob du ein ganz schönes Stück von zu Hause entfernt bist, hä? Was machst du denn hier in diesen Wäldern alleine? Die Seilbahn der Universität, äh, die ist außer Betrieb. Der einzige Weg nach oben geht durch die Berge. Das ist ganz schön gefährlich. Und ich an deiner Stelle würde es nicht probieren. Wir probieren es natürlich trotzdem. Okay, da ist die Seilbahn, aber keine Ahnung wo die Station ist. Und da könnten wir theoretisch weiter. Ich bin grad so ein bisschen... Versuch zu sagen, ich mach jetzt hier eine kleine Aufnahmepause, laufe zurück und sammle die verbleibenden Flaschen ein. Ähm, es klingt nicht nach Ende. Denk ich. Das klingt doch noch nicht so ganz nach Ende. Ähm, wie gesagt, ich bin grad ein bisschen versucht zu sagen, okay, ich mach hier einen kleinen Cut. Ich geh zurück, sammle die ganzen Flaschen ein, die unterwegs waren. Das würde bedeuten, dass ich halt die ganzen, äh, ganzen Level nochmal spielen muss. Aber dann wäre das halt mein Kollektionismus. Außerdem noch so ein bisschen eine Übung. Und ich mein, die letzten, die letzten großen Dinger, die müsste man ja nicht machen. Und dann würden wir an der Stelle hier weiterspielen. Ähm, bis dahin würde ich euch auf jeden Fall eine tolle Zeit wünschen. Cheerio mit O und wir sehen uns dann bald wieder.